Ab dem 1. März 2014 ist dieses zumietende 16er Rhein-Mittelhaus bezugsfrei. Das gut gepflegte Rhein-Mittelhaus befindet sich im Rhein-Sieg-Kreis. Das im Jahr 1976 erbaute Objekt verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat fünf Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 400 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von 170 Quadratmetern. Die monatliche Kaltmiete des Objekts beträgt 1000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020